60 Sekunden und Ihr normales Fahrrad wird ein E-Bike Das Corbitalrad ersetzt die Standardbrauer eines Fahrradrades, Ihr Fahrrad in ein leistungsstarkes elektrisches Fahrrad in 60 Sekunden zu drehen. Ihr persönliches Fahrradremodeling, werden Sie es nicht mehr anstrengen, als Sie können. Bewegen Sie sich auf ein solches Fahrrad ist besser für Sie und für die Umwelt, nicht die Masse der Freude von einem solchen Falten zu erwähnen. Es funktioniert ganz einfach, das Vorderrad des Fahrrades entfernen und Iggs oben in einem speziellen elektrischen Rad befestigen Corbital. Entwickelt von Ingenieuren von Sparsex von Ford. Das fortschrittliche Dessichen des Corbitalrades des Jahres ist die Entwicklung eines elektrischen Fahrrades. Dies ist sicherlich die mächtigste auf Iggs Klasse von Kommunikationstechnik, erschwinglich und einfach zu installieren und das Raddatum macht. Es gibt keine Notwendigkeit, alle Anwendungen zu installieren oder konfigurieren, nur auf dem Gas drücken und als Gaspedal verwenden. Je stärker Sie drücken, desto schneller gehen. Motor 500 wehmaligen Olympischen Radschampion überholen. Pedale, wenn Sie wollen, lehnen Sie sich zurück, wenn Sie dies nicht tun. Hit 20 Stunden meilen Ihr Fahrrad entlang ohne irgendwelche Belastungen für Sie in Bewegung. Das Corbitalrad kommt in zwei Größen, Kia entspricht mehr als 95% aller Erwachsenengrößen der Rede. Wenn Sie Ihr Fahrrad 700c, a.k.a.28 in 29 in, oder ein kleineres 26 in Rad und eine verschlissene Felgenbremse ist, passt das Rad Corbital. Ändern Sie das alte Vorderrad auf die Supernova E-Rad komplett mit Batterie und Motorbox für 60 Sekunden. Die Kosten des Rads ist Dollar 995.00. Freies Verschiffen nach USA